Es geht nochmal um die quadratische Ergänzung, naja, jetzt schreibe ich es halt in rot, quadratische Ergänzung und zwar das Grundprinzip, das Grundprinzip, damit man auch die verrücktesten Sachen lösen kann. Ich mache das weiterhin in blau. Wir hatten zum Beispiel, ich schreibe nochmal hin, a quadrat plus 2 oder plus minus 2ab plus b quadrat wollen wir in diese Form überführen. Das heißt, erster Schritt, wir wurzeln das a quadrat, was da auch drin stehen mag. Ich mache das dann konkret am Beispiel. Das heißt also a. Zweitens, abschreiben. Also plus in diesem Fall, nehmen wir mal, beziehungsweise minus. Und jetzt kommt b. Das b muss ich wie folgt, also jetzt kümmere ich mich letzten Endes um das reine b. Das b funktioniert so. Wenn ich 2ab, wenn ich dann nur das b haben will, dann muss ich durch, ich mache es mal rot, 2 und durch a teilen. Also durch 2 und durch a. Dann bleibt das b übrig. Denn dann kann ich nämlich kürzen, dann ist das weg. Wenn ich kürzen kann, dann ist das weg und das pure b steht da. Das heißt also, wenn ich das hier reinschreibe, müsste ich eigentlich das 2ab durch 2 und a teilen. Wenn ich das ganz stur hinschreibe, komme ich immer zum Ziel. So, dann Klammern zum Quadrat. Und wenn das hier, ich mache es mal mit dem Marker, wenn das b² nicht da stand, wenn das also futsch wäre, dann sage ich, okay, ich habe ja ersatzweise ein b errechnet. Und dieses b müsste ich dann, das ist dann der vierte Schritt, viertens, quadratisch ergänzen. Ergänzen, indem ich sage, ich muss, damit ich das einklammern, wirklich einklammern kann, muss ich das b² hinschwindeln und das b² gleich wieder abziehen. Dann ist der Schwindel, insgesamt ist es nämlich 0, wieder aufgehoben. Achtung, dann hätte ich aber von hier bis hier hin, also plus b², minus b², das hätte ich eingeklammert. Und den Schwindel, jetzt kommt der Schwindel, den muss ich dahinter schreiben. Der kommt hier dahinter. Also minus, jetzt stand es hier aber so da, da kann ich das lassen. Nehmen wir mal ein verrücktes Beispiel aus dem Test. Und zwar stand da ein Beispiel. Sieht so aus. Es war gegeben, 4a² minus 0,09x. Verdammt nochmal, a und x. Das lässt sich aber trotzdem leicht machen. Erster Schritt, das gesamte, der gesamte Term wird gewurzelt, also sind das 2a. Das Minus schreibe ich ab. Und jetzt mache ich das nach der Tippel-Tabletur, wie hier oben, also wie hier. Jetzt mache ich das nach der Tippel-Tabletur und schreibe einfach, wenn ich es nicht weiß, dann muss ich erstmal hinschreiben. 0,09x, das ist mein 2ab. Und jetzt teile ich durch die Olle 2, durch diese hier, und durch das a. Und das ist 2a. Und das in Klammern. Und jetzt geht es los. Da ich mir das Plus und Minus schenken kann, in diesem Fall, weil ja nichts weiter dahinter stand, ich muss das mit nichts zusammenfassen, kann ich sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich muss diesen ganzen Term hier, diesen Term, den muss ich quadrieren. Und gleich als abgezogene hinterschreiben. Also schreibe ich 0,09 mal 0,09 ist 0,0081. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Komma stellen. x mal x ist x Quadrat und teile den ganzen Kram. Hier habe ich 4a, 2 mal 2. 4a unterm Bruchstrich, also 4 mal 4 ist 16a Quadrat. So müsste das aussehen. Das war ein Beispiel. Hier noch ein Beispiel, welches ein bisschen verrückt aussah. Das Beispiel hieß... Ach ja. x Quadrat plus 0,25x sollte quadratisch ergänzt werden. Vorschlag, ich mache es erst anders. Ich schreibe mir das besser hin, damit ich mit großen Kommazahlen nicht lange rumoperieren muss. Aber es geht genauso. Also schreibe ich plus ein Viertel, denn 0,25 ist ein Viertel. Und jetzt geht es viel leichter. Jetzt kann ich sagen, gut, zuerst die Wurzel, das wäre x. Das Plus darf ich abschreiben. Und jetzt 1x durch 4 und durch 2 und durch x. Denn ich muss durch das x teilen und durch die 2. Von 2ab kommt die. So, die x kürzen sich weg. Hier unten steht eine 8. Die 1, die kann ich mir schenken. Aber ein Achtel, nicht, dass jemand 8 draus macht. In Klammern zum Quadrat. Und ein Achtel mal ein Achtel ist ein Vierundsechzigstel. Gibt es dahin Fragen? Soll ich das nochmal mit der Komma-Variante kurz klären? Ja, gut. Machen wir es anders. Also so in diesem Fall. x plus abschreiben. Jetzt 0,25x durch 2 und x. Durch 2ab, also durch 2a teilen. Dann habe ich das 2ab richtig hingeschrieben. Da bleibt ein b übrig. In Klammern zum Quadrat. Jetzt wird es natürlich blöd. 0,25. Die x kürzen sich zum Glück weg. Da haben wir schon mal ein bisschen weniger. 0,25 halbe. Wenn ich das teile, dann kriege ich hier 0,125 ein Teil raus. Und müsste dann 0,125 mal 0,125 rechnen. Das geht. Das kann man machen. Also Nebenrechnung, wenn ich das dann schon machen will. 0,125 mal 0,125. Wie üblich. Na, so. Die Nullen, die schenke ich mir. Ich fange hier mit der 1 an. Also kann ich 5, 2, 1 abschreiben. Jetzt 2 mal 5 ist 10. 1 gemerkt. 2 mal 2 ist 4. Plus 1 ist 5. 2 mal 1 ist 2. Und jetzt kann ich 5 mal 5 ist 25 rechnen. 5 mal 2 ist 10. Und 2 ist 12. 5 mal 1 ist 5. Und 1 ist 6. 5, jetzt zusammenzählen den Kram. Also alle, ne? 5 ist 2. 5 plus 5, das sind dann 16 insgesamt. Hier ein Übertrag. Das sind 5. Und hier eine 1. Jetzt kommt die Frage, wo ist die Kommastelle? Ich habe 1, 2, 3, nochmal 1, 2, 3. Das ist 6 Kommastellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich schon sehr ungünstig. Deswegen umschreiben. Schreiben hilft. Ich müsste dann also schreiben. Minus 0,01. Da habe ich hier geschrieben. 5, 6, 2, 5. 5, 6, 2, 5. Furchtbar. Also das wäre auch ein Ergebnis. Wer das gemacht hat, ist in Ordnung. Ich mache jetzt an der Stelle Schluss, weil quadratische Ergänzungen, die haben wir genug geübt. Moment mal. Es gibt vielleicht eine Frage. Es kamen verschiedene Fragen, ob ich nur Aufgaben nochmal rechnen kann. Beziehungsweise ob ich nicht auch sagen kann 0,25. Und hier unten erweitere ich so lange, bis das klappt. Dann hätte ich. Achtung. Ich zeige mal diesen Term. 0,25 durch 2 steht ja da noch. Das muss ich erweitern. In diesem Fall mit 100. Dann hätte ich 25 zweihundertstel und kann dann kürzen. Und ob das geht, ja. Klar. Gut. Jetzt, ob ich noch ein Beispiel rechnen kann. Machen wir das Beispiel noch schnell. Das war 144 x Quadrat. 144 x Quadrat minus 121 x. Leute, ich sage es gleich. Solche Granatenaufgaben, wie zum Beispiel diese hier. Die ist eigentlich Blödsinn. Denn so blöde ergänzt keiner quadratisch. Aber man kann dadurch wunderbar üben, indem man ganz stur den Formalismus einhält. Also, wie gesagt, eine quadratische Ergänzung. Der Zweck ist hier komplett verfehlt. Den würde man gar nicht nehmen. Ich klappere, bitte. So, also, wir machen das wieder Tippel-Tappel-Tour. 144 x Quadrat, das sind 12 x minus, und jetzt mache ich es nochmal ausführlich, 121 x geteilt durch 2 und 12 x. Durch beides teilen in Klammern zum Quadrat. Ich kann hier nichts machen. Die 121, Quersumme ist 4, lässt sich nicht durch 3 teilen, lässt sich durch 11 teilen. Ja, das schon, aber das bringt mir nichts. Zum Glück sind die x nicht da, denn die werden zu 1. Das heißt also, ich muss hier diesen Term wie folgt hinbasteln, quadratisch ergänzt und wieder abgezogen. Jetzt kommt das abgezogen. Heißt, 121 zum Quadrat, wie das geht, zeige ich gleich, geteilt durch 24. Das wäre so ein Zwischenergebnis. Und 121 x 121 ist ganz überraschend. Ich kann hier abschreiben, 121. Jetzt kommt das Doppelte, 242 und nochmal 121 darunter. Das sind 1, das sind 4, das sind 6, das sind 4, das ist 1. 1, 4, 6, 4, 1. Da gibt es Tricks dazu, das würde jetzt aber zu weit führen. Moment, Fragen kommen? Bitte. Können Sie die 24 zum Quadrat? Die 24 zum Quadrat? Ja, danke, kleinen Moment. Natürlich müssen die 24 zum Quadrat genommen werden und das sind 576. Also, das heißt hier oben steht dann 1, 4, 6, 4, 1 und unten Stunde steht 576. Es lohnt sich, solche Quadratzahlen zu können. Ähm, Dankeschön. Natürlich. Ich hatte nämlich die Klammer nicht weit genug gezogen, dadurch ist mir dieser Fehler unterlaufen. Kleinen Moment. Jetzt kam die Frage, naja, was ist denn, wenn ich die 121, äh, 24, äh, 24, in Klammern zum Quadrat nicht ausrechne. Dann ist das, ähm, ich sag's mal so, unsportlich erstens und zweitens war's gefordert. Aber die andere Sache, viel schlimmer wäre, die 14.641 durch 576 zu teilen und dann einen krummen Wert rauszukriegen. Das Blöde, ich zeige mal, warum das, ähm, nicht gut ist. Das Blöde daran ist, folgendes. Wenn ich die Wurzel aus 2 ziehe und sage, naja, das sind 1, 4, 1, 4, äh, ach, das reicht mir. Und ich brauche die, dieses, äh, als Zwischenergebnis später mal, äh, das sei zum Beispiel x. Und ich will später mal x² bilden, dann muss ich ja sagen, das ist 1,414 zum Quadrat. Ich komme nie auf 2. Wenn ich allerdings schreibe, x² ist gleich Wurzel aus 2 zum Quadrat, dann kann ich sagen, die Wurzel und das Quadrat heben sich auf und dann kriege ich die pure 2 wieder raus. Also, sehr ungünstig, solche Divisionen zu führen, deswegen, Leute, rechnen mit Brüchen. Jetzt nochmal eine kurze Anweisung, wie macht man es, wenn man sich dieses Video angeguckt hat und sagt, naja, ähm, dann werde ich dann mal sehen, vielleicht kann ich ja damit üben. Nur angucken, heißt nicht verstehen. Ich mache jetzt mal hier rote Sternchen, ähm, als Pausezeichen. Wenn ich mir das Video bis hierher angeschaut habe, also bis hierher und sage, naja, dann kann ich ja mal loslegen. Dann mache ich folgendes, dann gucke ich mir dieses Beispiel an und nach dem Beispiel, nachdem ich es gesehen habe, mache ich eine Pause. Also hier ist eine Pause, immer wenn ich ein Sternchen male, ist eine Pause. Dann gucke ich weg vom Bildschirm, schreibe mir nur diese Aufgabe ab, ergänze quadratisch. Und wenn ich dann fertig bin, gucke ich wieder drauf und sage, ja, habe ich richtig gemacht oder, ach, verdammt, ich habe was vergessen. Oder der Olle, der hat hier was vergessen, das kann auch sein. Wenn ich das dann kontrolliert habe, also dann wieder Pause, ne, so, wenn ich das dann kontrolliert habe, das gleiche hiermit. An der Stelle mache ich dann schon mal Pause. Dann mache ich das selber und wenn ich fertig bin, mache ich wieder Pause, spiele mir das wieder bis hierhin durch, mache wieder Pause, kontrolliere das Ganze. Das gleiche hier, also bis hierher, nach dem Ist gleich Pause machen, dann selber rechnen und wenn ich es fertig habe, also mit allen Ergebnissen, dann lasse ich weiterlaufen, mache wieder Pause und kontrolliere. Dann höre ich mir noch den Restquatsch an und dann ist gut. So, ich schließe jetzt dieses kleine Video, denn wir kommen weiter zu linearen Funktionen. Ich hatte wohl die Frage noch nicht ganz beantwortet. Nochmal, wenn ich die 14.641 durch 576 teile, dann kann ich mir einen Wolf rechnen, denn hier oben stecken Elfen drin, lauter Elfen. Das heißt, ich kriege ein Ergebnis raus, was ich irgendwann, so wie die Wurzel aus 2,1,414 unendlich weitergeht, was ich dann irgendwann abbrechen muss, weil ich sage, mir reicht die Genauigkeit. Nicht ausrechnen als Bruch komplett hinschreiben, das war gefordert. So, kleiner Link. Vielen Dank.